Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ja, in diesem Sinne vielen herzlichen Dank für die ganzen Zuschriften, für die ganzen Mails und Tweets, die dazu gekommen sind. Jetzt stürzen wir uns aber direkt in die Daily. Ihr glaubt nicht, wie schwer mir das fällt. Vor mir ist das neue Osmo Mobile 3. Das will ausgepackt werden, aber zuerst die Arbeit, Martin, zuerst die Arbeit. Gut, Surface, Outlook, Lüftung, Web-Anwendungen, Otto Now, Mario Kart Tour, Chromecast. Ich beginne mit Surface. Genau gesagt mit Microsoft. Die haben nämlich eingeladen für ein Event, das stattfinden wird am 2. Oktober. Geht also noch ein bisschen, aber zumindest frühzeitig eingeladen. Und was wird da vorgestellt? In einem Bericht wird gemunkelt, dass es sich um ein Dual-Screen-Surface handeln soll, also ein Laptop und Tablet-Hybrid, sowas in dem Stil, mit zwei Screens. Wahrscheinlich so etwas in Richtung Lenovo oder keine Ahnung was. Das Gerät soll es aber nicht jetzt schon geben, sondern erst für 2020. Also da wird dem lieben Nutzer den Mund wässrig gemacht oder die klickende Maus für die Bestellung. Und natürlich sollte die Surface-Familie ein Upgrade erhalten. Da ist ja jeweils im Oktober neue Updates angesagt. Weiter geht's und wir bleiben bei Microsoft mit aber heute. Und zwar wird heute vorgestellt eine neue mobile Version von Outlook Mobile. Mobile sagt ja schon mobil, genau. Die iOS- und die Android-Version, davon spreche ich. Damals, im Jahre 2014 war es, glaube ich, da hat ja Microsoft das Accomply übernommen, also die App Accomply übernommen. Die ganze Company dahinter, die Mitarbeiter etc. Das Know-How vor allem für knapp 200 Millionen Euro. Und ja, seither ist die App eigentlich das, was sie war. Einfach quasi, ganz böse gesagt, nur ein bisschen umgebrandet. Und lief immer gut, läuft auch gut im Store, also in beiden Stores ist die App nicht schlecht besetzt. Und das soll sich jetzt nun ändern, denn die App wurde komplett umgeschrieben, neu geschrieben und alles drumherum. Da bin ich extrem gespannt, weil bei mir ist so die zweite und dritte Mail-App jedes Mal auch eben Outlook eines meiner Wahl oder eine meiner Wahl. Und ihr hört, der Wecker geht langsam los, genau. Die Liebe zum Detail und somit gehen wir über zu Apple. Da bei Siri, wer Siri auf dem iPhone hat, kennt das sicherlich dort nicht, aber wer es auf dem macOS hat, also auf dem Rechner, der kennt das. Denn da ist die Möglichkeit gegeben, dass wenn der Lüfter an ist, und das kann ja mal passieren, dass dann der Lüfter runtergedrosselt wird, damit Siri versteht, was du ihr sagen möchtest. Und das soll anscheinend auch bei CarPlay der Fall sein, also bei der Auto-Integration von Apple. Auch da ist es so, dass, sofern der Automobilhersteller die Schnittstelle zur Verfügung stellt, logischerweise Siri die Lüfter drosselt. Also wenn da irgendwie die Air-Condition an ist und solche Geschichten, die Heizung an ist, wo die Verständungsgeschichte schwierig ist, das wird dann runtergedrosselt. Dazu gehören Motorenlärm, Scheibenwischer und eben Lüftung. Ich habe da noch was von Blinker-Geräuschen gehört oder gelesen. Ich hoffe mal nur, dass der Ton vom Blinker deaktiviert, nicht der Blinker selber. Scherz beiseite. Gehen wir weiter und wir bleiben bei dem Sprachassistenten aus dem Hause Apple. Der wird nämlich intelligenter. Mittlerweile taucht immer mehr Orten Screenshots auf, unter anderem begonnen natürlich wie vielfach unter Reddit und dann auch auf den ganzen Social Networks, dass wenn man der Dame oder dem Herrn eine Frage stellt, dass da dann nicht nur Webseiten als Antwort kommen, die man anklicken kann, wo dann die Werbung, äh, die Werbung, genau, die Antwort nachzulesen ist. Nein, jetzt ist es mittlerweile so, dass da direkt Antwort kommt, oben eingeblendet. Finde ich spannend, werde ich ausprobieren, ob das in Deutsch auch so ist. Das wird sich zeigen oder vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Ausleihen ist ja eine geschickte Sache, wie ich finde, weil man muss sich nicht immer alles kaufen, vor allem Dinge, die man nicht allzu häufig braucht. Das geht runter bis und mit eben auch E-Bikes, E-Cars und so weiter und natürlich auch die ganzen E-Scooter oder E-Trottinette, wie wir die gerne hier in der Schweiz nennen. Und das hat sich Otto auch auf die Fahne geschrieben und wollte eigentlich schon länger starten mit Otto Now, hat dann zu Verzögerungen geführt. Und da kann man nicht nur täglich oder besser gesagt stundenweise oder minutenweise so ungefähr ausleihen und dann irgendwo liegen lassen. Nee, da geht es um längere Zeiträume, zum Beispiel eben eine Monatsmiete. Und so kann man zum Beispiel einen E-Scooter bei Otto Now für 39 Euro oder ab 39 Euro pro Monat und ganz wichtig inklusive der Versicherung. Ist ja bei euch in Deutschland sehr wichtig, mieten. Finde ich ein spannendes Angebot. Mal schauen, ob sowas auch in die Schweiz kommt. Und gestern kam die News und das wird viele von euch auch sicherlich heute noch freuen. Mario Kart Tour wurde endlich, endlich final angekündigt. Und zwar so, dass man sie jetzt in beiden App-Stores, sowohl auf der Google-Seite als auch auf der Apple-Seite vorbestellen kann. Am 25. September, sofern ihr die Vorbestellung jetzt ausgelöst habt, wird die App dann automatisch runtergeladen. Sofern ihr das natürlich so konfiguriert habt und wird eben euch kostenlos runtergeladen, wie die ganzen Nintendo-Spiele sind. Was man sieht ist, dass es aber In-App-Käufe gibt und es ist zu hoffen, dass das ähnlich läuft wie beim letzten Spiel und nicht wie beim ersten, würde ich doch sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ein Titel, der ich auf der Switch und auch schon vorher, vor allem auf dem, wie heisst das Teil da hinten, Nintendo 360, ich weiss es nicht mehr. Shame on me. Wie gesagt, es ist viel zu früh am Morgen. Auf dem alten habe ich das viel gespielt, auf dem ersten Tablet. Zu guter Letzt, gestern habe ich euch ja berichtet, dass Google die Chromebooks nicht allzu lange unterstützt. Nämlich nur sechs Jahre und das auch nur in eingeschränkten Modus, sofern ich, also eben auf die Prozesse, wer das nicht gehört hat, hört das am besten nach, wenn Chromebooks interessiert. Heute geht es ein Produkt weiter, der Chromecast. Der erste kam vor sechs Jahren auf den Markt und der geht jetzt auch nach sechs Jahren. Ganz so schlimm ist es nicht, man kann ihn weiterhin benutzen, den alten Chromecast, bekommt aber da keine Updates und keine Feature-Updates mehr. Was es noch geben soll, sind Sicherheits-Patches und da hoffe ich, dass das Google auch Wort hält und die nachliefert, weil ansonsten hat man dann am Fernsehen ein neues Einfallstor, das man nicht unbedingt haben möchte. Auf jeden Fall, ja, ich habe meinen ersten Chromecast beim Umzug wieder gefunden, hinter einem meiner Monitore. Endlich. Ja, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, euch weiterhin einen guten Start in den Tag und für mich natürlich einen komplett Neustart, genau. In diesem Sinne freue ich mich auf morgen, euer Pogipsi. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.